Es gibt die Diskussion, ob das Reduzieren von CO2-Gasen mit wirtschaftlichem Aufbruch, mit Wachstum zusammenpasst. Und wir Europäer beweisen, dass das geht. Wir sind eine innovationsgetriebene Wirtschaft. Wir leben von Ideen, von Kreativität und deswegen zeigen wir geradezu, dass wenn wir in nachhaltige Energieinfrastruktur investieren, dass wir damit Arbeitsplätze von morgen sichern und gestalten. Europa darf nicht überheblich auftreten mit anderen Partnern auf der globalen Ebene, weil viele Länder noch nicht das Wohlstandsniveau erreicht haben, das wir in Europa genießen dürfen. Die wollen auch so leben wie wir. Das ist verständlich. Das muss man zunächst einmal akzeptieren. Andererseits müssen wir sie davon überzeugen, dass sie nicht die gleichen Fehler machen dürfen, die wir gemacht haben, eben mit einer CO2-orientierten Energieversorgung. Sie müssen einen Innovationsschritt in moderne Technologien machen. Dabei verdienen sie unsere Hilfe auch ganz konkret mit Geld. Wir Europäer sind ja manchmal mit vielen Aufgaben, auch mit Krisen konfrontiert. Und gerade der Klimaschutz ist für mich ein Beispiel, wo wir Europäer einfach mal stolz sein dürfen auf das, was wir erreicht haben. In den letzten zehn Jahren hat nämlich Europa mit viel Gesetzgebung bereits deutlich Klima, Gase reduziert. Wir sind das Vorbild für die Welt. Da ist Amerika nicht so stark, da ist China nicht so stark. Wir sind das Vorbild für die Welt und in einem wichtigen Themenfeld sind wir das. Trotzdem müssen wir im Inneren auch über Lastengerechtigkeit reden. Das heißt, manche Länder, die noch mehr Transformation vor sich haben, von Kohle wegzukommen beispielsweise, haben europäische Solidarität von anderen Partnern verdient.